So, ich habe eine kleine Runde allein gezockt und war in der Nähe vom NPC-Camp und wollte es auf jeden Fall nochmal angreifen, da die letzten Male nicht so erfolgreich waren. Da ich allein gezockt habe, ist das Video komplett ohne Kommentare, wen das allerdings nicht stört, viel Spaß beim Anschauen. So, ich habe eine kleine Runde. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.